Die Zwickauer Baubürgermeisterin Katrin Köhler war heute genau 100 Tage im Amt. Diese Frist wird traditionell für einen Rückblick der ersten Amtswochen genutzt. Heute Vormittag stand die CDU-Politikerin Rede und Antwort. Ausgerechnet einen Tag vor dem kleinen Amtsjubiläum hatte Katrin Köhler eine sehr undankbare Aufgabe. In ihrer Eigenschaft als Vorsitzende des Stadtverbandes der CDU musste sie bekannt geben, dass die Christdemokraten bei der diesjährigen Oberbürgermeisterwahl keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken. Obwohl diese Entscheidung nichts mit ihrem Amt als Baubürgermeisterin zu tun hat, so ist sie davon doch sichtlich betroffen. Mir fällt es auch sehr schwer, das jetzt so zu kommunizieren. Aber wir haben eben nicht nur in einer Sitzung, sondern seit Herbst das Thema behandelt und waren auf der Suche nach einem Kandidaten. Wir haben das gestern in unserer Stadtvorstandssitzung angesprochen, auch auf das Thema der Bindungswirkung dieses Stadtvorstandsbeschlusses von gestern. Und die Vorstandsmitglieder waren sich aber einig, dass sie die Repräsentanten aus den Ortsverbänden der CDU sind. Und so muss ich heute davon ausgehen, dass wir keinen Kandidaten stellen werden. Doch zurück zum 100-tägigen Amtsjubiläum. Keine Skandale, stattdessen etliche Bauvorhaben für die Weiterentwicklung der Stadt. Ein guter Start, kann man sagen. Ihre Arbeitstage haben sich seit dem 24. November geändert. Ja, der Unterschied zu den Arbeitstagen bisher war jetzt weniger die Länge der Arbeitszeit, sondern vor allen Dingen die Termine. Also es bleibt weniger Zeit, richtig selbstständig zu arbeiten, sondern es ist ja auch sehr viele repräsentative Termine und Empfang von Vertretern verschiedener Bereiche. Die nach außen hin wohl größte Umstellung war für sie der Platzwechsel im Stadtrat. Erst in den Reihen der CDU-Fraktion im Plenum und nun vorn im Präsidium neben der Oberbürgermeisterin und dem Finanzbürgermeister. Das ist immer noch ungewohnt, auch nach den Stadtratssitzungen bisher. Mein Platz als Fraktionsgeschäftsführerin und als Stadträtin hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Es ist noch ungewohnt, ja, aber ich denke, man gewöhnt sich. Zum Amtsantritt hatte sie es dabei nicht leicht. Sie musste ein großes Erbe antreten, nachdem ihr Amtsvorgänger unerwartet verstorben war. Und auch heute noch ist der Geist Rainer Dietrichs im Rathaus noch spürbar. Er ist in keinem Fall vergessen. Mit den Amtsleitern habe ich darüber gesprochen. Sie haben sich unmittelbar auch nach dem Todesfall dafür ausgesprochen, seine Vorhaben und das, was er sich noch vorgestellt hat. Auch wenn es noch nicht begonnen war, umzusetzen. Und auch die Vertreter, hier nenne ich vielleicht die Sparkasse zum Beispiel, alle, die gut mit Rainer Dietrich zusammengearbeitet haben, natürlich fällt da auch am Anfang immer das, was einem verbunden hat. 100 Tage im Amt. Eine Zeitspanne, die auf den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt zurückgeht. Er bat nach seiner Wahl um eine Schonfrist, um sich einzuarbeiten und im Amt anzuarbeiten. Im Falle der Zwickauer Baubürgermeisterin ist das ganz offensichtlich gelungen.